Wenn du dich allein fühlst, wenn du allein bist, bist du möglicherweise in schlechter Gesellschaft, wie der weise Stoiker verkündete. In einer Welt, in der romantische Vereinigungen oft glorifiziert werden, gibt es eine wachsende Welle von Menschen, die den Weg der Einsamkeit und Einzelhaft wählen. Aber was bedeutet es wirklich, allein zu sein? Im westlichen Teil der Welt ist der Trend klar, immer mehr Menschen entscheiden sich für das Single-Dasein. In Deutschland zum Beispiel sind über 40% der Haushalte Ein-Personen-Haushalte. Aber ist dies ein Zeichen von Isolation oder Befreiung? Die Stoiker lehren uns, dass Gesellschaft nicht Selbstzweck ist, sondern eine Ergänzung zum Glück. Die persönliche Zufriedenheit hängt nicht zwangsläufig davon ab, einen romantischen Partner zu haben. Seneca, ein prominenter Stoiker, betrachtete Einsamkeit nicht als Zustand der Isolation, sondern als Gelegenheit für persönliches Wachstum und Reflexion. Für ihn war Einsamkeit ein Moment, um mit sich selbst in Verbindung zu treten, Selbstgenügsomkeit zu üben und inneren Frieden zu kultivieren. In der Stoiker-Philosophie wird Einsamkeit als Mittel betrachtet, um die Seele zu stärken, tiefgehende Selbstreflexion zu ermöglichen und persönliche Tugenden zu entwickeln. Seneca glaubte, dass das Alleinsein eine einzigartige Gelegenheit bot, Selbstreflexion, Selbstprüfung und Selbstverbesserung zu praktizieren. Es war ein Zustand, in dem man wirklich stoische Prinzipien wie Mäßigung, Tapferkeit, Gerechtigkeit und Weisheit verstehen und verkörpern konnte. Trotz des weltweiten Trends zur Einzelhaft sehen sich diejenigen, die diesen Lebensstil wählen, immer noch sozialer Stigmatisierung und Diskriminierung ausgesetzt. Es ist jedoch nicht alles Pessimismus. Behauptungen, dass Eheleute glücklicher, gesünder und sozial besser integriert sind, sind übertrieben oder schlichtweg falsch. Das Single-Dasein bietet erhebliche Vorteile in Bezug auf die Erkundung von Interessen, Leidenschaften und persönlichem Wachstum. Also, ist es besser, Sinne zu sein? Die Antwort hängt von individuellen Vorlieben ab. Unterschiedliche Menschen suchen unterschiedliche Dinge im Leben. Einige finden Zufriedenheit und Erfüllung in Beziehungen und in, während andere im Single-Dasein aufbühlen. Dieses Video zielt nicht darauf ab, Menschen davon zu überzeugen, Beziehungen oder ihn zu meiden, noch kritisiert es diejenigen, die sich darauf einlassen. Es ist keine ausschließliche Verteidigung des Single-Daseins. Der Hauptzweck besteht darin, verschiedene Argumente zu präsentieren, die die Idee unterstützen, dass das Single-Dasein eine gültige und bereichernde Wahl ist. Erste Neudefinition von Liebe, ein Perspektivenwechsel Auf der Suche nach einem erfüllteren Leben besteht eine Möglichkeit darin, die Liebe neu zu definieren. Oft legt die Gesellschaft einen unverhältnismäßigen Schwerpunkt auf romantische Partnerschaften als Höhepunkt der Liebe. Eine breitere Perspektive legt jedoch nahe, dass gesündere Formen der Liebe jenseits traditioneller Beziehungen kultiviert werden können. Freundschaft als tiefe Verbindung Die Freundschaft wird zu einer überzeugenden Alternative, die tiefe und befriedigende Verbindungen ohne die emotionalen Intensitäten und Herausforderungen romantischer Verwicklungen bietet. Antike Philosophen wie Epikur priesen die Tugendeln, das Leben in Begleitung von Freunden und einfachen Vergnügen zu genießen. Diese Perspektive stellt die vorherrschende Vorstellung in Frage, dass romantische Liebe der einzige Weg zu wahrer Verbundenheit ist, und hebt die potenziellen Probleme hervor, die mit den intensiven Emotionen und Komplexitäten romantischer Beziehungen einhergehen können. Erkundung verschiedener Formen der Liebe Die Neubestimmung der Liebe ermutigt Einzelpersonen, verschiedene Formen von Verbindungen jenseits romantischer Beziehungen zu erforschen. Familiäre Liebe, platonische Liebe und sogar Selbstliebe werden zu wichtigen Bestandteilen einer reicheren emotionalen Landschaft. Durch die Erweiterung des Spektrums der Liebe können Einzelpersonen vielfältigere und sinnvollere Beziehungen aufbauen, die jeweils einzigartig zu ihrem allgemeinen Wohlbefinden beitragen. Ausgleich emotionaler Intensität Die traditionelle Vorstellung von Liebe verbindet oft Tiefe mit emotionaler Intensität, insbesondere in romantischen Kontexten. Die Neubestimmung der Liebe bedeutet, diese Annahme in Frage zu stellen und anzuerkennen, dass tiefgehende Verbindungen auch ohne die emotionalen Turbulenzen existieren können, die oft mit romantischen Partnerschaften einhergehen. Diese Perspektive fördert einen ausgebobinären und nachhaltigeren Ansatz für Beziehungen und unterstützt das emotionale Wohlbefinden ohne die möglichen Fallstricke übermäßiger Leidenschaft. Die Weisheit der antiken Philosophen Inspiriert von antiken Philosophen wie Epikur, der die Bedeutung der Kultivierung von ruhigen und harmonischen Leben betonte, passt die Neudefinition von Liebe zu einem breiteren philosophischen Blickwinkel. Epikur glaubte, dass ein ruhiges Leben durch die Entwicklung bedeutungsvoller Verbindungen erreicht werden könne, insbesondere in Form von Freundschaften. Indem man diese Perspektive annimmt, können Einzelpersonen sich von gesellschaftlichem Druck und Erwartungen in Bezug auf romantische Liebe befreien. Ein ganzheitlicher Ansatz zur Liebe Im Wesentlichen beinhaltet die Neudefinition von Liebe die Annahme eines ganzheitlicheren Ansatzes, der die vielschichtige Natur menschlicher Verbindungen anerkennt. Sie lädt Einzelpersonen ein, das komplexe Gelände von Beziehungen mit Absicht zu durchqueren und die verschiedenen Formen der Liebe anzuerkennen, die zu einem erfüllteren und emotional ausgewogenen Leben beitragen. Glück in Beziehungen, jenseits der Illusion Die allgemein vertretene Ansicht, dass Beziehungen und Ehe garantierte Wiege zum Glück sind, wird zunehmend hinterfragt. Neueste Studien gehen auf die Komplexitäten des Eheglücks ein und enthüllen eine Erzählung, die die konventionelle Weisheit in Bezug auf das mit langfristigen Partnerschaften verbundene Glück in Frage stellt. Anstatt einer dauerhaften Freude deutet Forschung darauf hin, dass das Glück, das aus solchen Verbindungen resultiert, oft kurzlebig ist. Die anfängliche Euphorie, die die Flitterwochen begleitet, schwindet allmählich und macht den Herausforderungen und Routinen des Alltags Platz. Dies führt zu einer Neubewertung der Annahme, dass Beziehungen zwangsläufig einen dauerhaften Glückszustand garantieren. Die vergängliche Natur des Eheglücks Im Gegensatz zur idealisierten Vorstellung, dass eine verpflichtende Beziehung oder Ehe eine konstante Quelle der Freude ist, deutet Forschung darauf hin, dass das Glück, das aus solchen Vereinigungen resultiert, oft vergänglich ist. Die anfängliche Euphorie weicht allmählich den Herausforderungen und der Routine des täglichen Lebens. Dies führt zu einer Neubewertung der Annahme, dass Beziehungen zwangsläufig einen dauerhaften Glückszustand garantieren. Zweiter Routine King's Pursuit of Happiness Inmitten des sich wandelnden Landschafts der modernen Beziehungen entsteht eine neue Perspektive eine, die in Frage stellt, ob wahres Glück nicht darin liegt, sich den gesellschaftlichen Erwartungen an Partnerschaft zu beugen, sondern die eigene Einzigartigkeit zu umarmen. Diese alternative Sichtweise fordert Einzelpersonen heraus, die konventionelle Erzählung in Frage zu stellen, die nahe liegt, dass Erfüllung ausschließlich aus einer Beziehung abgeleitet wird. Sie ermutigt zu einem Fokuswechsel hin zur Selbstentdeckung und Selbstzufriedenheit. Sich von gesellschaftlichen Erwartungen befreien Die Vorstellung, dass Glück gleichbedeutend mit dem Beziehungsstatus ist, ist tief in gesellschaftlichen Erwartungen verwurzelt. Die sich entwickelnde Vorstellung von Glück in Beziehungen fordert jedoch eine Befreiung von diesen vorgefassten Vorstellungen. Einzelpersonen sind eingeladen, sich von dem Druck zu befreien, den traditionellen Idealen zu entsprechen, und stattdessen eine Reise zu beginnen, um herauszufinden, was sie wirklich glücklich macht, sei es im Rahmen einer Beziehung oder in der Einsamkeit. Eine Einladung zum individualisierten Glück Diese neue Perspektive dient als Einladung für Menschen, die Kontrolle über ihr eigenes Glück zurückzugewinnen. Sie stellt die Idee in Frage, dass ein erfolgreiches und erfülltes Leben davon abhängt, gesellschaftlichen Erwartungen an Partnerschaft zu entsprechen. Stattdessen ermutigt sie Einzelpersonen, Glück auf ihre eigenen Bedingungen zu definieren und zu verfolgen. Dies könnte bedeuten, die Einsamkeit als eine gültige und erfüllende Lebenswahl anzunehmen oder sich mit einem neuen Bewusstsein für das persönliche Glück durch die Komplexitäten von Beziehungen zu navigieren. Balance zwischen Unabhängigkeit und Partnerschaft Die Annahme der Einsamkeit schließt nicht den Wert von Partnerschaften aus, sondern fordert eine Neubewertung ihrer Rolle im eigenen Glück. Der Fokus verschiebt sich von der Betrachtung von Beziehungen als alleinige Quelle der Zufriedenheit hin zur Anerkennung, dass sie ergänzende Aspekte eines ausgewogenen Lebens sind. Diese ausgewogene Perspektive ermöglicht es Einzelpersonen, Beziehungen mit einem Gefühl der Selbstbestimmung zu navigieren, bewusste Entscheidungen zu treffen, die mit ihrem eigenen Verständnis von Glück im Einklang stehen. Die Idee, dass Beziehungen und die ihr dauerhaftes Glück garantieren, wird von neuesten Studien infrage gestellt. Stattdessen beinhaltet ein Paradigmenwechsel die Einladung für Einzelpersonen, die Verfolgung des Glücks nach eigenen Bedingungen zu überdenken. Ob sie sich entscheiden, die Einsamkeit als eine gültige und erfüllende Lebenswahl zu akzeptieren oder die Komplexitäten von Beziehungen mit einem neuen Bewusstsein für persönliches Glück zu navigieren, steht im Mittelpunkt dieser Betrachtung. 3. Freiheit und Autonomie, die Befreiung der Alleinstehenden umarmen Im Bereich persönlicher Freiheit und Autonomie wird die Alleinstehendheit zu einer kraftvollen und befreienden Wahl, die den Menschen ein beispielloses Gefühl der Unabhängigkeit bietet, das oft innerhalb romantischer Beziehungen eingeschränkt ist. Entfesseln der persönlichen Freiheit Die Alleinstehendheit bietet Menschen eine einzigartige Möglichkeit, persönliche Freiheit zu entfesseln, die in romantischen Beziehungen eingeschränkt sein kann. Die Fähigkeit, autonom Entscheidungen zu treffen, ohne die Bedürfnisse eines Partners zu berücksichtigen, gewährt ein Gefühl der Befreiung. Diese Freiheit erstreckt sich über den Bereich der alltäglichen Entscheidungen hinaus und umfasst den breiteren Bereich lebenswichtiger Entscheidungen, was ein gesteigertes Selbstbestimmungsgefühl fördert. Unabhängigkeit und Autonomie Die Autonomie, die mit der Alleinstehendheit einhergeht, ist ein Eckpfeiler dieser neu gewonnenen Freiheit. Entscheidungen, sowohl große als auch kleine, ohne die Notwendigkeit von Konsens zu treffen, ermöglicht es Einzelpersonen, ihr Leben nach ihren eigenen Wünschen und Zielen zu gestalten. Das Fehlen einer ständigen Rücksichtnahme auf die Vorlieben eines Partners fördert ein Gefühl der Selbstständigkeit und ermutigt zur Entwicklung einer unabhängigen Identität. Entfesselung von konventionellen Erwartungen Die Suche nach dem Sinn des Lebens verstrickt sich oft in konventionelle Erwartungen im Zusammenhang mit Ehe und Beziehungen. Die Alleinstehendheit repräsentiert jedoch eine Abkehr von diesen Erwartungen und befreit Menschen von gesellschaftlichen Normen, die einen vordefinierten Weg zur Erfüllung vorschreiben. Das Leben, frei von inhärenter Bedeutung, wird zu einer Leinwand, auf der man seinen eigenen Zweck malen kann, befreit von den Einschränkungen sozial auferlegter Regeln. Schaffen eines individualisierten Zwecks In Abwesenheit vorgegebener Bedeutung werden Menschen, die die Gewässer der Alleinstehendheit navigieren, ermächtigt, ihren eigenen Zweck zu schaffen. Die Reise wird zu einer persönlichen Odyssee, frei von den vorbestimmten Meilensteinen, die von gesellschaftlichen Normen diktiert werden. Diese Autonomie bei der Gestaltung des eigenen Zwecks ermöglicht eine authentischere und erfüllendere Erkundung der Möglichkeiten des Lebens, unbelastet von der Notwendigkeit, sich an externe Erwartungen anzupassen. Umarmung der existenziellen Freiheit Die existenzialistische Philosophie behauptet, dass das Leben keine inhärente Bedeutung hat und die Verantwortung, es mit Sinn zu erfüllen, einem Individuum liegt. Die Translation Die Single-Lebensweise, indem sie Menschen von den Zwängen gesellschaftlicher Erwartungen befreit, stimmt mit dieser existenziellen Perspektive überein. Sie lädt zu einer tieferen Erforschung der eigenen Existenz ein und zur Ausübung existenzieller Freiheit, der Freiheit, die eigene Bedeutung zu definieren und zu schaffen. Die Single-Lebensweise wird zu einer Feier von Freiheit und Autonomie, die Menschen von den Einschränkungen befreit, die oft mit romantischen Beziehungen verbunden sind. Die Fähigkeit, unabhängig Entscheidungen zu treffen, fördert ein tiefes Gefühl der Selbstständigkeit, während die Befreiung von gesellschaftlichen Erwartungen die Schaffung eines persönlichen und sinnvollen Lebenswegs ermöglicht. Durch die Umarmung der existenziellen Freiheit, die die Single-Lebensweise bietet, begeben sich Menschen auf eine Reise der Selbstentdeckung und gestalten ihr Leben authentisch und nach ihren eigenen Bedingungen. Selbstgenüksamkeit zu pflegen bedeutet, sich auf die eigenen inneren Ressourcen zu verlassen und nicht von äußeren Umständen abhängig zu sein. Durch die Einsamkeit können Alleinstehende lernen, sich selbst zu genügen und eine innere Stärke zu entwickeln. Seneca betonte, dass wahres Glück und Gelassenheit nur erreicht werden können, wenn man die Fähigkeit zur Selbstgenüksamkeit besitzt. In Momenten der Einsamkeit finden Alleinstehende Trost und Bereicherung, da sie nicht ständig von anderen abhängig sind. Es entsteht eine einzigartige Beziehung zu sich selbst. Diese introspektive Reise wird zu einer Gelegenheit, persönliche Interessen, Leidenschaften und Selbstreflexion zu erkunden, was zu den Bausteinen der Selbstgenüksamkeit beiträgt. Senecas Betonung der Freude in sich selbst Seneca, ein entschiedener Verfechter des Stoizismus, betonte die Bedeutung, Freude und Zufriedenheit in sich selbst zu finden. In seinen philosophischen Lehren betrachtete er diese innere Freude als ein starkes Zeichen von Stärke und Selbstgenüksamkeit. Für Seneca entsteht echtes Glück nicht aus äußeren Umständen oder Beziehungen zu anderen, sondern aus der Fähigkeit, Erfüllung aus sich selbst zu schöpfen. Wahres Glück aus inneren Quellen Die stoische Perspektive zur Selbstgenüksamkeit stellt die vorherrschende Vorstellung in Frage, dass Glück von externen Faktoren wie Beziehungen oder materiellen Besitzte man abhängt. Stattdessen behauptet sie, dass wahres Glück und Gelassenheit aus der Fähigkeit eines Individuums herrühren, eine interne Quelle der Zufriedenheit zu kultivieren. Alleinstehende Menschen, in ihrem Streben nach Selbstgenüksamkeit, stimmen mit dieser stoischen Weisheit überein, indem sie eine Quelle der Freude entdecken, die über externe Umstände hinausgeht. Stärke und Widerstandsfähigkeit fliegen Selbstgenüksamkeit in der Alleinstehendheit bedeutet nicht nur, Freude in sich selbst zu finden, sondern auch, Stärke und Widerstandsfähigkeit zu pflegen. Die Fähigkeit, unabhängig von den Herausforderungen des Lebens zu navigieren, fördert ein robustes Gefühl der Selbstständigkeit. Alleinstehende Menschen, nicht belastet von der ständigen Notwendigkeit externer Bestätigung, entwickeln eine innere Stärke, die als Stütze inmitten der unvermeidlichen Unsicherheiten des Lebens dient. Die Vorbereitung auf die unvermeidliche Einsamkeit Szenikas Lehren zur Selbstgenüksamkeit beziehen sich auch darauf, dass die Vorbereitung auf die Einsamkeit ein wesentlicher Aspekt des Lebens ist. Da Einsamkeit ein unvermeidlicher Teil der menschlichen Erfahrung ist, wird die Kultivierung von Selbstgenüksamkeit zu einem proaktiven Ansatz, diesen Perioden der Einsamkeit mit Anmut und Gelassenheit zu begegnen. Alleinstehende Menschen, indem sie ihre Einsamkeit umarmen und gedeihen, finden nicht nur Freude in sich selbst, sondern bereiten sich auch auf die Einsamkeit vor, die das Leben präsentieren kann. Die Selbstgenüksamkeit in der Alleinstehendheit ist eine Reise, die die Vorteile der Einsamkeit umarmt, Freude in sich selbst findet und Stärke sowie Widerstandsfähigkeit pflegt. Szenikas Stoische Lehren betonen die Bedeutung des Findens von wahrem Glück aus inneren Quellen und stärken die Idee, dass echte Zufriedenheit über äußere Umstände oder Abhängigkeiten von anderen hinausgeht. Menschen, die allein sind, begeben sich auf den Weg der Selbstgenüksamkeit, der nicht nur ihr Leben bereichert, sondern sie auch auf die unvermeidlichen Momente der Einsamkeit vorbereitet. Schlussfolgerung Die Akzeptanz der Einsamkeit und das Wohlbefinden in der eigenen Gesellschaft fördern nicht nur das Selbstvertrauen, sondern auch die Sicherheit. Die meiste Zufriedenheit liegt unter unserer Kontrolle, wodurch Selbstgenüksamkeit zu einem mächtigen Werkzeug zur Kultivierung des Glücks wird. Es bereitet Menschen auf das Unvermeidliche vor, allein zu sein. Durch das Erblühen der Einsamkeit wird die Angst vor Einsamkeit verringert und kann sie sogar zu einer angenehmen Erfahrung machen. Zusammenfassend, wenn du dich allein fühlst, wenn du allein bist, könntest du in schlechter Gesellschaft sein. Dieses Video lädt dazu ein, kühlere und bedeutungsvollere Liebe zu suchen, egal ob du begleitet sein möchtest oder deine Reise allein antreten willst. Es ermutigt dazu, gesellschaftliche Normen zu hinterfragen, Glück auf eigenen Bedingungen zu finden und die Freiheit, Autonomie und Selbstgenüksamkeit, die mit der Alleinstehendheit einhergehen, zu umarmen. Ob du in einer Beziehung bist oder alleine fliegst, worauf es wirklich ankommt, ist, wie du dich selbst siehst, nicht mit wem du zusammen bist. Wenn dich dieses Video dazu inspiriert hat, nach einer bewussteren und bedeutungsvolleren Liebe zu suchen, gehe den nächsten Schritt. Vergiss nicht zu abonnieren, die Benachrichtigungsglocke zu aktivieren und deine Gedanken in den Kommentaren zu teilen. Teile mit, wie du dieses toischen Lehren in deinem Leben anwenden wirst. Gemeinsam sind wir mehr als ein Kanal, wir sind eine Gemeinschaft mit einem Zweck und Respekt. Verpasse es nicht, sei Teil unserer Reise zu einem Leben mit Bedeutung. Wenn du nicht sicher bist, was du kommentieren sollst, schreibe einfach Einsamkeit und Selbstliebe. Wenn du bis zum Ende geschaut hast, werde ich hier einen Link zu einem weiteren Video hinterlassen, das zum Thema passt. Abonniere, um dich einer Gemeinschaft anzuschließen, die Weisheit, Mut, Gerechtigkeit und Mäßigung schätzt. Ich bin zuversichtlich, dass es dir gefallen wird. Danke.